Bildkomposition und Bildformate. Was sind das überhaupt und wie hängen sie zusammen? Bildkomposition oder auch Bildgestaltung ist die gezielte künstlerische Anordnung der formalen Elemente in einem Kunstwerk. Dazu zählen Linien, Flächen, Formen oder die Hauptmotive in einem Bild. Ihre Anordnung kann im Betrachter verschiedene Emotionen suggerieren. Im westlichen Raum suggerieren aufsteigende Linien Positivität und Erfolg, absteigende Trauer und Unwohlsein. Horizontale Linien hingegen sind ruhig und ausbalanciert und vertikale standfest groß und stark. Konvergierende Linien führen den Blick des Betrachters bis weit in das Bild hinein, sie verleihen dem Bild mehr Tiefe. Flächen wie Quadrate sind statisch ausgeglichen, aber oft auch monoton, während Dreiecke aufsteigend wirken und eine stabile Basis haben. Stellt man beide jedoch auf die Spitze, so bekommen sie eine ganz neue Bedeutung. Sie wirken nun instabil und unberechenbar. Rechtecke hingegen sind stehend ähnlich wie vertikale Linien mit Größe und Standfestigkeit assoziiert, liegend mit Ruhe und Stabilität. Der Kreis als eckenlose Fläche wirkt ruhig und vor allem vollkommen. Er ist assoziiert mit Unendlichkeit, Stabilität und Ruhe, da er kulturell mit Sonne und Mond verbunden ist. Doch das allein reicht nicht. Auch die Anordnung dieser Elemente auf der Bildfläche ist wichtig, um aus dem Chaos der echten Welt ein künstlerisch geordnetes Bild zu machen. So können beispielsweise Symmetrien das Bild ruhig und geordnet wirken lassen. Asymmetrien hingegen sind dynamischer, lebendiger und damit auch meist spannender. Die Platzierung des Hauptmotivs in der Bildgestaltung ist essentiell. Oft findet man es in der Bildmitte an. Dies kann allerdings leicht monoton wirken und rückt die Umgebung des Motivs in den Hintergrund. Eine Platzierung im sogenannten goldenen Schnitt verleiht dem Bild durch zusätzlichen Bezug auf den Hintergrund mehr Tiefe. Dies wirkt auf das menschliche Auge besonders beruhigend und ästhetisch. Aber was ist eigentlich der goldene Schnitt? Der goldene Schnitt oder auch göttliche Proportionen teilt das Bild im Verhältnis von 1 zu 4 oder 1 zu 1,618. Teilt man nun den kleineren Bildteil nochmal und immer so weiter lässt sich die berühmte Fibonacci-Spirale bilden. Auch Bildformate, die ein Seitenverhältnis von 1 zu 4 aufweisen, gelten als anschaulicher für das menschliche Auge. Kino und Fernsehen begann mit einem Seitenverhältnis von 4 zu 3. In den späten 90er und frühen 2000er Jahren wechselten die meisten Fernsehsender auf das sogenannte Breitbildformat von 16 zu 9. Doch was bedeutet das eigentlich? Das Seitenverhältnis ist essentiell, da die Bildkomposition in direkter Relation zu ihr steht. So erlaubt ein 21 zu 9 Format mehr Fokus auf die Umgebung in einem Bild, während ein 4 zu 3 Format mehr das Hauptmotiv in Szene setzt. Um beispielsweise einen Kinofilm für den Gebrauch zu Hause zu ermöglichen, muss das Seitenverhältnis von 21 zu 9 auf 16 zu 9 angepasst werden. Das passiert häufig durch das Letterbox-Verfahren. Hier wird das Gesamtbild so skaliert, dass die Breite mit der des Bildschirms übereinstimmt. Da im vertikalen Bereich allerdings Bildmaterial fehlt, entstehen oben und unten vom Bild die berühmten schwarzen Balken. Eine weitere Methode ist das Pen- und Scan-Verfahren. Hier muss der Bildausschnitt Einstellung pro Einstellung manuell auf 16 zu 9 beschnitten werden. Dabei weicht der Bildausschnitt leider vom Original und somit auch von der Intention des Regisseurs ab. Bildformat und Komposition spielen also in der Foto- und auch Videografie eine wichtige Rolle. Verschiedene Seitenverhältnisse können aufgrund ihrer kulturellen Assoziation auch verschiedene Wirkungen erzeugen. Kombiniert mit einer ästhetischen Bildkomposition gibt es nahezu unendlich Gestaltungsmöglichkeiten.